Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch und wir besprechen heute die Oscar-Verleihung 2021. Es war die 93. Verleihung der Academy Awards. Ich bin Nestu und wir haben heute volles Haus. Nämlich mit dabei ist ebenfalls ein Preisträger, nämlich der Kenny. Hallo, Kenny. Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, das mag ich frisch, vital und aktiv. So mag ich dich. Der Paul ist auch mit dabei. Hallo, Paul. Hallo. Und Dominik, willkommen im Club. Moin, moin. Ja, ihr Lieben, wir haben alle vier zusammen mit anderen Leidtragenden gestern Nacht oder beziehungsweise heute Morgen die Verleihung im Stream gesehen und wollen jetzt mal ein bisschen über die Verleihung und ein bisschen auch über die, ja, Gewinner sprechen. Erwartet jetzt bitte nicht, dass wir hier die ganzen Kategorien ABC durchgehen und dann sagen, wer gewonnen hat. Wir wollen mehr auch so ein bisschen auf die Show an sich eingehen. Ja, und die Show war kacke. So, eure Meinung bitte. Ja, du klingst schon sehr authentisch verkatertst du. Das muss man dir lassen. Ja, es war wirklich, also auch losgelöst von Corona, die Entwicklung zu dem, was wir gestern gesehen haben, gab es auch schon vorher. Und das ist eigentlich für mich keine Entschuldigung. Ich muss eben kurz einhaken, das mit dem Kacke bezieht sich wirklich nur auf die Show. Ich meine aber jetzt nicht, dass ich jetzt kacke finde, wer ja nominiert und gewonnen hat. Das klammer ich da eher gesagt komplett aus. Ja, du, aber welche Show, jetzt mal ehrlich. Ja, genau, welche Show. Ja, es ist nur noch eine stumpfe Preisverleihung ohne irgendwelche Show-Acts, beziehungsweise der einzige, den man so nennen kann, kam auf zwei Drittel und den habe ich ehrlich gesagt schon wieder verdrängt. Aber dank des Internets ist das eigentlich gar nicht möglich. Ja. Glenn Close hat keinen Resi Award erhalten und keinen Oscar, aber dafür eine Turking-Lehrstunde. Also es ist auch mal was Feines. Okay, pass auf, ich versuche jetzt irgendwie ein bisschen Struktur hier reinzubekommen und werde grandios scheitern, das ist mir jetzt schon klar. Weil wir alle vier immer noch ein bisschen übermüdet sind und auch schlecht gelaunt, glaube ich, so ein bisschen. Ich fange mal mit etwas Positivem an. Ich fand, der Anfang war stilistisch richtig gut. Wir sehen halt, also es war so ein flüssiger Übergang von diesen Interview-Segmenten hin zu der eigentlichen Verleihung. Und wir sehen halt Regina King, die ja 2019 einen Oscar bekommen hat für ihre beste Nebendarstellung in Beale Street. Wie sie so einen Oscar nimmt und mit dem Oscar halt durch dieses, was war das, eine Train Station, also einen Bahnhof geht. Dass der natürlich wirklich... Die Union Station in L.A., bitte. Genau, Union Station. Und die wurde ja wirklich, fand ich, sehr schön aufmöbliert. Ja, und dazu kamen dann die Credits und das hatte alles so einen gewissen Drive, so einen gewissen Flow. Es wirkte auch wie ein Steven Soderbergh-Film, was nicht wirklich verwundert, weil Steven Soderbergh die Verleihung mitproduziert hat. Ja. Und da dachte ich noch so, okay, das könnte echt nice werden, das könnte wirklich schön werden, denn wir wissen halt, Covid-19, das sind natürlich einige Regularien und ja, es wird keine normale Verleihung werden. Aber das kann ja auch eine Chance sein für was Frisches. Muss dann aber sagen, dass dann relativ schnell die Ernüchterung kam, denn nach den ersten zwei, drei Minuten, die ich stilistisch ganz toll fand, war es einfach nur noch öde und anstrengend. Ja, das sehe ich genauso. Also letztes Jahr war es schon ziemlich langweilig, da wir keine Moderatoren hatten, die das Ganze moderiert haben und ich dachte eigentlich, okay, dieses Jahr, andere Location, es ist alles ein bisschen anders wegen Corona, wegen der Pandemie und so. Da dachte ich, okay, das ist ja eine Chance, es ist ein bisschen anders und ein bisschen anders kann ja gut sein und die Chance haben sie vertan. Ja, also ich hatte auch... Anders langweilig. Ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen meine Hoffnung in die Locations gesteckt, so keine Ahnung, dass man da irgendwie was rausholt, nenne ich es mal. Aber irgendwie war es dann so. Also sie saßen so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, wie so im ZDF-Fernsehgarten saßen sie dort aufgereiht an diesen Tischen und es sah auch nicht... Also da fehlte dann auch dieses, das glamouröse Gute, da hätte man auch vielleicht wieder mal was, das Ganze ein bisschen erden können, das Ganze ein bisschen auf den Boden zurückholen können, aber nicht so. Ja, obwohl sie haben, glaube ich, sogar gerade versucht, diese Steife ein bisschen aufzubrechen, was die Verleihung sonst eigentlich immer hat, wie die da an diesen Tischen sitzen, das erinnert mich persönlich sehr an die Golden Globes. Die werden eigentlich immer so abgehalten, aber trotzdem wirkte es irgendwie... Also wenn man jetzt hergehen würde und sagen würde, eine von beiden Preisverleihungen ist in erster Linie für Fernsehproduktionen oder wirkt wie eine Fernsehproduktion, dann würde ich sofort auf die hier setzen, um das mal so zu sagen. Es wirkte irgendwie... Also es ist nicht so, dass sie diese Union Station nicht irgendwie schön zurechtgemacht haben und sich da auch keine Mühe gegeben haben, aber es wirkte... Es wirkte wirklich wie so eine Diät-Variante. Was ja erstmal okay ist, die Location war doch nicht das Problem, oder? Ich meine, wäre das ein bisschen flotter abgegangen, ein bisschen mehr Entertainment, wäre die Location ja nicht das Problem gewesen. Ja, richtig. Ich denke trotzdem, dass man trotzdem mehr hätte rausholen können, wenn man es denn in Verbindung mit irgendwelchen Show-Acts oder so gesetzt hätte. Das habe ich mir halt die ganze Zeit gedacht. Ihr habt schon diesen Raum, macht doch was draus und nicht nur das... Ja, aber sie hatten ja... Also es war ja von Anfang an irgendwie bekannt gegeben worden, dass die auch mal an andere Locations schalten. Und als ich gehört habe, wie Steven Gätschen das erklärt hatte, dachte ich mir, so spielen die jetzt da so ein bisschen Reise nach Jerusalem. Und ich fand es nett, also Brian Cranston wurde ja dann unter anderem gezeigt, wie er im eigentlichen, in der sonstigen Location da steht, in diesem Kodak Theater. Das war ganz okay. Oder auch die Schalte nach Seoul, wo Bong Joon-ho in einem völlig leeren Kinosar stand. Aber ansonsten war da nichts. Und ich weiß nicht, da hätte man viel... Also gerade das hätte man doch eigentlich für Show-Acts nutzen können, die halt dann einfach eingespielt werden. Weiß ich nicht, ich hätte mir das so ein bisschen vorgestellt, wie mit dem... Weiß nicht, ob ihr hier ZDF-Magazin Royale guckt, aber da können sie das ja zum Beispiel auch mit den Musik-Acts irgendwie lösen, in dem ein Teil dann da halt mit Maske spielt und die anderen sitzen in so ulkigen Kabinen. Also natürlich jetzt nicht genauso, aber vom Prinzip her hätte man das zum Beispiel so machen können, wisst ihr? Ja, na klar. Du kannst jetzt nicht Hollywood am Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld messen. Lass das mal bitte in die Kirche im Dorf. Also die Mission im Bahnhof, ja, also cool bleiben. Also ich fand, dass es sich wieder zeigte, dass die Oscars in den letzten Jahren auch ein Problem haben und das Problem wurde hier wirklich zu einem Damakdusschwert. Und zwar gab es ja wieder keinen festen Host, also keinen Moderator oder Moderatorin. Zum dritten Mal schon. Und das sorgte halt dafür, dass das irgendwie... Also es hat überhaupt keinen Entertainment-Value. Und das brauchst du halt, weil sie haben halt etwas gemacht, was ich an und für sich schön finde, nämlich sie haben den Gewinnern gesagt, wisst ihr was? Ihr habt keinen Zeitdruck. Wenn ihr drei Minuten labern wollt, redet drei Minuten. Das finde ich schön. Aber du brauchst dann auch irgendwas, was das wieder so ein bisschen auffängt. Also irgendwas, was kurzweilig ist, was spaßig ist, was unterhaltsam ist. Und das hattest du nicht. Es gab keine Einspieler, es gab kein Stand-up, sag ich mal, keine Gags, keine Scharfzügigkeiten. Das wurde einfach so abgehandelt, sodass irgendwann ich da saß und dachte, ey, Thomas Winterberg, wirklich, du bist ein großartiger Regisseur und ich gönne dir diesen Oscar wirklich von Herzen. Aber bitte halt die Fresse. Ja, die Rede war echt enttäuschend. Kann ich genau so übertragen auf Danneke Luja, leider. Und ich glaube, das wäre nicht der Fall, wenn du davor oder danach irgendwas hättest, was das Ganze so ein bisschen auflockert. Ja, eine Form einfach. Genau, eine Form. Der ganzen Veranstaltung fehlt es total an Formwille und das hat nichts mit Corona zu tun. Das ist eine Entwicklung, die, also das können wir eigentlich hier auch schon belegen, weil das ist ja jetzt das dritte Jahr, in dem wir jetzt hier so eine Nachbesprechung machen. Und das erste Jahr war ja hier dann tatsächlich auch das erste ohne Host. Und ja, man könnte sagen, so durch diese Hostlosigkeit fängt der Fisch eben am Kopf an zu stinken schon. Ja, also ich finde auch, dass Corona natürlich schon dadurch was mit reinspielt. Aber für mich ist das keine Entschuldigung für das, was sie da abgeliefert haben. Denn man kann mir keiner erzählen, dass Corona es unmöglich macht, einen festen Host zu haben. Oder aber verschiedene Leute, die eben auf die Bühne kommen und bevor sie den Oscar vergeben, irgendwas, was Lustiges machen, ja. Das sind ja auch die Kleinigkeiten, die da gefehlt haben. Dass halt mal einer was singt oder so. Oder dass halt einer mal was, was, also was anderes macht, was eben mal heraussticht. Also überhaupt nicht. Und da frage ich mich, also keine Ahnung, das ist der wichtigste Filmpreis oder der größte Filmpreis, den es eben gibt. Und dann, dann ist da, also dann ist da nix, was das irgendwie besonders machen soll oder so. Und das finde ich dann auch gegenüber Nominierten oder auch, ja, das finde ich schwierig. Oder ich finde das teilweise schon respektlos, dass man da nichts dahingehend macht. Und dann hat man eben zum Beispiel die Locations und ich habe auch nicht verstanden, warum hat man nicht einfach jemanden dort in diesem leeren Theater da singen lassen oder so. Das wäre doch auch ein starkes Bild gewesen. Gut, also, wir haben über die Hostlosigkeit geredet, über das neue Ambiente und halt eben, dass wir die Verleihung nicht gut fanden. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, das hat mir gefallen, also außer natürlich das Setting. Gibt es irgendeinen Moment, wo ihr sagt, okay, der war nett, irgend so ein kleiner Nadelstich in die Decke der Dunkelheit? Ich finde es gut, dass die ganzen Songs nicht alle vorgetragen wurden, wie sonst. Ach, ein Spruch. Das, 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 das kurzt das Ganze ab. Das, das ist, finde ich immer jedes Mal langweilig, wenn die ganzen fünf nominierten Songs gespielt werden. Wenn du das so machst, müsstest du auch jeden Film in der Ausgaufverleihung zeigen, der nominiert ist. Und dann ist das Ding drei Wochen lang oder so, keine Ahnung. Aber ein Song geht drei, vier Minuten, ein Film geht 90 bis 90 Minuten. Ja, aber machst du alle fünf Songs, sind das 40 Minuten. Ja, aber die verteilen das ja auch. Die verteilen das auch. Das Problem ist ja, was die immer haben, die Oscars sind zu lang. Da sagen die immer, die Oscars sind viel zu lang. Und die versuchen das irgendwie abzuspecken und das so zu machen, so zu machen. Deswegen gibt es auch zum Beispiel noch keine Kategorie für das Thema Casting. Das ist ja auch wieder ein aktuelles Thema gewesen. Es gibt bis heute noch keinen Oscar für die Kategorie Bestes Casting. Und darauf kämpfen die schon seit Ewigkeiten, dass es den gibt. Die sagen, nee, gibt's nicht, ist zu lang. Dann haben die zum Beispiel auch die Kategorien Sound Editing und Sound Mixing, haben die ja auch zusammengelegt zu bester Sound, um einen rauszunehmen und das zu kürzen. Und dann hast du halt diese Musikeinlagen. Das finde ich aber nicht schlimm. Du könntest doch Medley schreiben. Das ist Hollywood. Die haben die großartigsten Musikkünstler der Welt dort. Ja, Medley, Medley, fände ich okay. Machst du ein Medley daraus, wo das Kernstück des Songs gezeigt wird mit einer Überleitung zum nächsten, sodass alle fünf Songs in einem Stück so in fünf, acht, vielleicht zehn Minuten zusammengebastelt werden, das kriegen die hin. Und wenn es jetzt gar nicht geht, genremäßig machst du halt einen Cut rein, dass du eine kurze, stille Überleitung zum nächsten Song machst. Aber nicht alle Songs komplett live durchgekommen. Sowas gab es ja eigentlich auch schon mal. Das ist dann halt als Live-Performance, aber stimmt schon als Medley, wäre das glaube ich so die beste Option, die man da hat. Ja, aber dennoch würde ich sagen, dass zumindest das Lied, was als bester Filmsong ausgezeichnet wird, dass der gespielt werden sollte. Also das finde ich einfach, ja. Das könnte man dann zum Schluss machen, bevor dann der beste Film zum Beispiel den Preis bekommt. Aber blöderweise. Also ganz ehrlich, warte mal. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn diese Songs drin sind, gerne verteilt. Ich finde, das gehört auch zum Entertainment-Value und dass sie kürzer werden. Was die Macher, glaube ich, nicht verstehen, ist Folgendes. Kurzweilige vier Stunden sind schneller vorbei als langatmige drei Stunden. Das heißt, wenn du ein Fischungsprogramm hast und das gut mit Entertainment füllst, ja, und das gut aufbereitest, dann ist das echt, kann man das gut gucken. Aber wenn du halt drei Stunden lang so eine Armutsveranstaltung hast, wie in den letzten zwei, drei Jahren, dann ist klar, dann denken alle sofort, oh, das muss kürzer werden, das muss straffer werden. Nee, ihr müsst es besser machen, nicht kürzer. Ja, vor allem. Das ist das Problem. Es fühlt sich ja trotzdem nicht, also ich weiß nicht, du fühlst dich am Ende des Abends genauso erschlagen wie sonst auch. Ich meine, gut, das gehört auch irgendwo dazu, aber weiß ich nicht, also das ist eine Verschlimpeste, was sie da machen. Ja, ich fand es total paradox, ich habe noch nie eine Oscar-Verleihung erlebt, die so gehetzt war, die sich aber gleichzeitig so fade und zäh angefühlt hat. Ja, weil auch keine Spannung. Wir haben ja noch am Anfang gesagt, boah, wenn wir jetzt, wenn wir in dem Tempo weitermachen, da sind wir ja gegen drei schon durch und das Ende vom Lied war, dass wir bis viertel sechs oder so da saßen. Und das war wirklich, das war ein ganz komisches Gefühl da. Also irgendwie verging die Zeit, also die Nominierten rauschten nur so vorbei und es war nicht so richtig, aber auf der anderen Seite hat sie auch aufs Ende gewartet. Ja, wir brauchen einfach den Soda-Berg-Cut dieser Verleihung, glaube ich. Nee, ich finde, wir sollten den Snyder-Cut machen. Das ist, da muss es jetzt werden. Ja, das war, ja, Gruß an Werner. Wir brauchen mehr Slow-Mos. Oh nein! Besonders in den, besonders bei den, besonders bei den Memoiren. Oh ja, der Klaus twirkt in Slow-Mo, tolle Idee. Nee, bei den Memoiren, da müsste Michael Bay ran. Da brauchen wir viel mehr Amerika-Flaggen, wir brauchen Marschkapellen, wir brauchen Trompeten, die epische Militärmusik spielen und so. Das, das wäre super. Ja, und meinetwegen, die dann auch lieber in Zeitlupe als, weiß ich nicht, als hätte man Netflix angeschmissen auf doppelte Geschwindigkeit. Also wirklich, das war eine absolute Frechheit. Ja, wirklich, das Memoiren war fürchterlich. Es wurden noch nie so viele Menschen in diesem Moment gezeigt, anstatt zu sagen, okay, hier nehmen wir uns die Zeit, um das mal ein bisschen gefühlvoll rüberzubringen. Vor allem, das sind ja alles Leute, die richtig krasse Arbeit geleistet haben, die haben ihr Leben dafür investiert, dort was zu machen, egal in welcher Branche, ja, das können Regisseure sein, Schauspieler, Kameramänner oder Frauen, alles. Alles, Produzenten, alles. Und dann wird da, wird in dieses Jahr wirklich eine Sekunde einer, bumm, 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 der Nächste, der Nächste, der Nächste, der Nächste. Dann die Musik dazu, absolut unpassend. Normalerweise hast du gefühlvolle, langsame, gespielte Musik vom Orchester ordentlich dazu begleitet. Und dieses Mal hattest du irgendeinen total hippen, super tollen Song. Also, keine Ahnung, das war wirklich schlimm. Ja, na, was ich wirklich so seltsam finde, dass man halt, dass man die Prioritäten da so setzt und irgendwie so noch kurz, das war, glaube ich, vor dem Memoiren halt noch so ein, äh, vor dem Memoiren, sag ich schon, vor dem Gedenken, dass man da so ein total komisches Spiel noch mit reinmacht, was irgendwie, das hätte man doch locker rausstreichen können und dafür das Gedenken zwei, drei Minuten länger machen können. Also, das war ja nur wirklich was, wo ich mir gedacht habe, hat dir gerade irgendjemand gesagt, oh scheiße, wir brauchen jetzt mal was, was anders ist? Und dann hat der dort das improvisiert, weil das war nicht mal, also das wirkte auf mich nicht mal so, als wäre das jetzt groß vorbereitet gewesen. Nee, gar nicht. Das wirkte wirklich so, als wenn du auf einer Party bist und hast tote Hose und du sagst so, äh, wer hat Lust auf eine Runde Wein? Ja, richtig, richtig, oder Flaschen drehen, ja. Das, äh, aber du, du kannst an dem Memoriam, also das steht für mich auch sinnbildlich eigentlich für die, ja auch so für die, für die kreative Sackgasse, ne, weil sie, sie haben es zwar irgendwie schneller gemacht, weil es halt irgendwie schneller gehen soll und sie haben ja auch zugegebenermaßen immer sehr, sehr viele Namen, obwohl immer welche fehlen. Ich weiß nicht, du, hast du das irgendwie, Leuten hören vielleicht bei Leuten, es ist, es ist, ist ja jedes Jahr so, dass eigentlich immer welche übergangen sind. Ja, also das Problem ist halt, dass ja auch viele Leute gestorben sind, die viel für den Film getan haben, die aber eben jetzt nicht vor der Kamera standen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, wenn man das machen würde, dann wäre dieses Memoriam wahrscheinlich zwei Stunden lang. Ähm, und die Oscars ist natürlich, die wollen natürlich schon, dass viele Leute zugucken, denn in den USA läuft's ja im, äh, Network, also im regulären Fernsehen, da ist die Quote ja auch immer wichtig, äh, und da ziehen halt eben große Namen. Und da wirst du halt mit jemandem wie Chadwick Boseman und, äh, Sean Connery natürlich mehr ziehen als, äh, mit irgendeinem Kameraassistenten, der vielleicht für unglaublich tolle Aufnahmen mitverantwortlich war, aber nach dem kräht halt keinen Hahn. Klingt hart, ist aber so. Ja. Ne, 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 und das ist ja auch das Problem, ähm, die meisten Leute sind halt nicht so, ich sag mal, filmaffin wie wir jetzt. Ne, die gucken, das ist diese obligatorische, äh, Gruppe, die halt 1,5 Mal im Jahr im Kino, äh, sitzt. Ähm, und die, für die sind die Oscars halt wirklich interessant, weil sie halt, äh, gucken wollen, wie da irgendwie Angelina Jolie oder Brad Pitt da irgendwie auf dem roten Teppich rumstolzieren, ihr neues Kleid vorzeigen und die werden den Oscar entgegennehmen, ne? Die können doch die Red Carpet abschalten und dann abschalten, wenn's die Oscar-Fallung losgeht. Tut mir leid. Ja, also ich bin ja jemand, der seit ungefähr 5 Jahren diese Red Carpet Show, äh, wirklich konsequent ignoriert und wirklich erst 5 Minuten vor Start da echt, äh, einschaltet, weil mich das nicht interessiert, ne? Ähm, wobei, das, das muss man halt sagen, äh, was halt schön war an den Oscars, äh, die Verleihung war wirklich divers, ich fand's auch nicht, ich fand's auch nicht aufgezwungen, ich konnte mit jedem Preisträger was anfangen, also das waren alles, äh, berechtigte Nominierte, ähm, auch berechtigte Gewinner, also es gab bei ganz vielen Kategorien keinen Moment, wo ich dachte, das ärgert mich jetzt aber, ich hatte aber auf den getippt, ich war bei allem eigentlich so d'accord und hab gesagt, ja, okay, verdient, klar, wenn der andere oder die andere gewonnen hätte, wär's auch schön, aber es war schön. Was aber irgendwie auch seit ein paar Jahren so ein Trend ist, es fehlt halt so dieser eine große Gewinnerfilm, weißt du, der so mehr als 4 Oscars abräumt, so. In diesem Jahr ist ja der große Gewinner groß in Anführungszeichen, und kursiv, ist ja Nomadland, ich glaub mit 3 oder 4 Oscars, äh, 3, geil. Hermann, Hauptdarstellerin, genau, ähm, Chloe Zhao, Regie und halt bester Film, das sind natürlich 3 sehr wichtige und große Oscars, aber es reicht jetzt nicht aus, dass du jetzt irgendwie sagst, wenn du in 5 Jahren im Fernsehen irgendwie Nomadland siehst, dann sagst du, oh, der hat doch mal irgendwann bei den Oscars irgendwie total abgeräumt, ne? Ja, obwohl ich das gar nicht, gar nicht schlecht finde, äh, wenn man, wenn man die jetzt eigentlich so relativ, ich sag mal, in Anführungsstrichen gerecht verteilt, weil, äh, du hattest, weiß ich nicht, wenn du mal an so ganz extreme Clean Sweep-Beispiel nennst, also Clean Sweep nennt sich das ja immer, wenn du Filme hast, die in allen Kategorien, in denen sie nominiert waren, äh, den eingesackt haben. Und da ist, glaube ich, ich glaube, der dritte Herr der Ringe und Ben Hur, die führen, glaube ich, das Feld an, also nicht mal Titanic, der hatte, glaube ich, 13 Nominierungen, hat damals 11 gewonnen, egal, ähm, ich finde das aber gar keine schlechte Entwicklung und ich weiß nicht, du hast jetzt keinen Slumdog-Millionär, der dann irgendwie acht, äh, Oscars mit nach Hause nimmt oder so, das ist eigentlich relativ gerecht verteilt, das, das finde ich eigentlich keine schlechte Entwicklung, die es ja auch schon in den letzten Jahren immer weiter gibt, ne, und Diversität ist auch nicht verkehrt. Ja, ich muss auch sagen, ich fand das Oscar-Line-Up, äh, andere sehen es, äh, anders, andere sehen es, äh, anders, auch ein schöner Satz, äh, ich fand es aber sehr stark, also, ich fand es wirklich sehr stark, äh, klar, da fehlten die großen Blockbuster, verständlicherweise, ähm, aber ich war dann doch mit der, mit den, mit den Nominierten sehr zufrieden und auch halt mit den meisten der Gewinnern und das ist jetzt auch wieder ein guter Punkt, denn ich habe wirklich nach der Verleihung noch lange darüber nachgedacht, als ich so im Bett lag und mich geärgert habe, warum zum Teufel tue ich mir das jedes Jahr von neuem an, aber wir haben ja, ähm, die Reihenfolge der Kategorien geändert und das, das erschloss ich mir nicht, also, ganz ehrlich, beste, was war das, beste Regie wurde irgendwie zu Beginn schon vergeben oder so ähnlich war das doch, und der beste, und der, der Oscar für den besten Film, also der Haupt-Oscar, wirklich, es ist so der, das ist der Oscar, ja, ja, der wurde als vorletztes vergeben, als vorvorletztes, oder als vorvorletztes, ja, und das verstehe ich nicht, weil das ist halt dramaturgisch so antiklimatisch, wie es nur geht, und ich dachte ja, pass auf, Chadwick Boseman ist ja nominiert, posthum für Ma Rainey's Black Bottom, und das war der letzte Oscar, der vergeben wurde, und da wurde es Anthony Hopkins, und das möchte ich jetzt auch nicht in Frage stellen, ich fand, das ist auch ein gerechtfertigter Oscar, weil tolle Leistung von Mr. Hopkins, aber, ganz ehrlich, du siehst dieses, dieses pietätlose in Memoriam, in Memoriam, es hört auf mit Chadwick Boseman, ja, du hast schon das Gefühl so, oh, okay, ich hab da so die Vermutung, dass der, ne, dass der den Oscar gewinnt, und dann wird halt der letzte Oscar vergeben, bester Hauptdarsteller, es wird Anthony Hopkins, und der Mann ist nicht mal anwesend. Und das, und dazu das Bild in schwarz-weiß, ob das so gut ist. Ja, ja, das, das von Chadwick Boseman in Farbe, und das von Hopkins in schwarz-weiß, so nach dem Motto, ein alter Mann, äh, ne, muss, muss in schwarz-weiß sein, also ich mein, gut, Hopkins hat sich dann jetzt irgendwie noch per Videobotschaft gemeldet mittlerweile, hat sich bedankt, hat auch Chadwick Boseman einen kurzen Tribut gezollt, der ist ja wohl irgendwie in Wales, und, äh, ja gut, ob der jetzt wegen Corona oder generell, ich mein, der Mann ist mittlerweile 83, äh, nicht gekommen ist, sei mal dahingestellt, der macht sich auch aus solchen Verleihungen nicht so viel, äh, ich kann nur sagen, ich hab mich sehr, sehr gefreut, äh, aber es ist halt wirklich sowas von unwürdig, wie das gemacht wurde, weil es war wirklich so, ja, das sind die Nominierten, oh, Anthony Hopkins hat gewonnen, ach, der ist nicht da, ja, äh, spannend, das, das waren die, 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 die Oscars, Roll Credits, also wirklich, das, wie schreibt noch was zu Glenn Close, wie sie twirkt, äh, ja, so die Highlights, äh, Glenn Close ist zwei Minuten als, als Dauer-Gif am twirken, ne, das, ach, ne, ja, also auf mich hatte das Ganze halt, äh, ich weiß nicht, ob das nur auf mich so den Eindruck hatte, sowas perfides und irgendein auch irgendwas, was mir überhaupt nicht gefallen hat, dieses Auf-, also dieses Spannungaufbauen im, äh, also mit diesem Hauptdarsteller, weißt, wisst ihr? Ja, ja. Also so wirklich, dass da wirklich, ja, fast schon eine Fallhöhe, äh, aufgebaut wurde und dass da alles auf, tja, jetzt, jetzt kriegen wir sie, jetzt denken nämlich alle, jetzt machen wir es so, jetzt denken nämlich alle, dass Boseman das jetzt macht jetzt. Und dann, also, ich hab, äh, das war da nicht gesehen und ich glaub auch, dass Anthony Hopkins das so macht, aber das ist dann schwierig. Die Oscars dürfen sich halt nicht wundern, dass jetzt in den sozialen Medien irgendwie alle schreien, irgendwie Chadwick Boseman, äh, was robbed oder so. Das haben sie sich wirklich selbst eingebräut, also das, das, das ist, ich versteh's nicht. Also wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass Anthony Hopkins gewonnen hat. Also ich hätte auch gut leben können, wenn Boseman gewonnen hätte. Ich hab auch damit gerechnet, ich glaub, das haben wir alle getan. Ja, wirklich, wirklich, ja. Ähm, aber das, wie sie es gemacht haben, ist, Leute, das ist, das ist einfach nur, auch wieder pietätlos, es ist unglaublich dumm, es ist antiklimatisch, dramaturgisch, voll gegen die Wand gefahren und war halt wirklich noch so, ja, die Scheißekirsche auf dem Scheißekuchen. Also ich kann's nicht anders ausdrücken, ich, äh, ich versteh's einfach nicht, was sie nicht gedacht haben und, und mir kann keiner ankommen und sagen, ja, aber wegen Corona, nee, das hat mit Corona nichts zu tun. Aber wir haben auch wirklich, also ich mein, gut, letztes Jahr hatten wir ja einen historischen Moment mit Parasite, aber wir haben irgendwie immer so dieses planlose, zum Ende. Also 2019 war das auch so, äh, dass, das einfach so, ja, das waren die Oscars, Roll Credits, das so, so, da stand, glaub ich, irgendwie Julia Roberts wie so ein nicht abgeholtes Paket auf der Bühne, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, keine Ahnung, liegt das daran, dass die nicht mehr Steven Spielberg kriegen, damit er einmal im Jahr, äh, äh, bester Film überreicht? Oder, weiß ich nicht, Obama hat auch keine Zeit mehr oder keinen Bock mehr oder was auch immer, äh, also das, das, das wirkt so, das wirkt so unglaublich konzeptlos und das unterstreicht auch nochmal halt das Grundproblem, dass es keine Host mehr gibt, ne? Also es ist, ähm, ich muss auch sagen, also ich bin da, äh, äh, auch wirklich total angesäuert ins Bett gegangen. Ich hab mich zwar gefreut für Anthony Hopkins, der hat auch selber nicht mit gerechnet, und ich bin riesiger Anthony Hopkins Fan. Ey, war super Transformers 5. Auf jeden Fall und, äh, 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 noch besser in Collide mit, äh, äh, Nicholas Hoult. Nein, lassen wir das. Nein, also, äh, 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 der hat selber nicht mit gerechnet und, äh, ich, ich gönne ihm das auch, es ist aber immerhin auch jetzt schon sein zweiter Oscar. Ähm, und, äh, ja, ich, ich kann schon verstehen, wenn sich die Chadwick Boseman, Marvel, was auch immer Fans da jetzt ordentlich genatzt fühlen, weil es geht da letzten Endes dann um die Quote, ne, von wegen, ja, man muss bis zum Ende bleiben. Und ich dachte auch wirklich, die halten jetzt irgendwie Chadwick Boseman da, einen halbstündigen Schwanengesang da am Ende und dann einfach nur, oh, oh, ist das Anthony Hopkins geworden, oh, wir haben nur dieses Schwarz-Weiß-Bild gefunden, ja, schalten sie auch nächstes Jahr wieder ein. Boah, ey, das, Alter. Ja, dann sehen sie das passende Oberteil zu Laura Dorn's Kleid. Weißt du, da hätten sie, hätten sie, hätten sie, hätten sie einfach irgendeinen TikTok-Film von Anthony Hopkins, der zu Heavy-Metal-Musik abrockt, äh, eingespielt und das wäre besser als Abschuss gewesen, wirklich. Ja, wirklich. Also, ich habe ja wirklich viele Oscar-Verleihungen jetzt schon gesehen. Also, seit bestimmt 20, 25 Jahren, oder 20 Jahren, ist glaube ich, realistischer, schaue ich mir die wirklich jedes Mal an, live. Wirklich jedes Mal. Und, ähm, ich glaube wirklich, dass dieses Jahr die schlechteste war, die ich bislang gesehen habe. Und das heißt einiges, weil ich habe Oscar-Verleihungen gesehen, wo, äh, James Franco und Anne Hathaway moderiert haben und das war schon furchtbar. Und die letzten Jahre waren auch nicht toll. Aber das, ähm, weil ich fand halt, dass diese, äh, diese Regularien, sag ich mal, wegen Corona, ja auch eine Chance gewesen sind. Und diese Chance haben sie nicht, haben sie wirklich nicht, äh, genutzt. Es fing vielversprechend an. Die ersten zwei Minuten war ich Feuer und Flamme, dachte, wow, cool. Und, ähm, ja, also, ich, ich bin's auch leid. Also, ich werde natürlich nächstes Jahr auch wieder gucken. Ich komme da nicht drum rum, das ist, glaube ich, in meiner DNA verankert. Ich kann da nicht aus meiner Haut. Es ist eine Hassliebe, bist du. Es ist eine Hassliebe. Ja, es ist eine Hassliebe. Und vielleicht auch deswegen, weil ich weiß, wie es früher war. Weil früher hattest du halt noch dieses, dieses Gefühl von, du guckst da wirklich was Großes, was es ja letztendlich ist, sag mir ehrlich. Ich sag nur Whoopi Goldberg als Moderatorin. Ja, genau. Das war immer schön. Billy Crystal, ja. Also, wenn wir einfach Ricky Gervais nehmen, dann kommt diese Fuck-You-Attitüde zumindest besser rüber. Du gehört, Alter, ja, Mann, bitte, endlich, Ricky Gervais, gib ihm. Bitte. Ja, also, Stu, du hattest ja auch schon recht, die ganze Optik so richtig hat, hat Soderbergh hat doch diesen, hat der nicht eben einen Film gemacht, der irgendwie nur mit dem iPhone gedreht wurde? Der hat mehrere gemacht. Der hat einmal diesen Anzellen gemacht und einmal diesen High-Flying Bird. Und High-Flying Bird sieht ja auch wirklich top aus. Und ich muss auch sagen, dieser, ich sag mal, dieser kristallklare, klinische Look, das sah für mich echt aus, als hätten die die Oscars mit dem iPhone gedreht. Ja, und dann bei Instagram hochgeladen. Mit einem Filter. Ja, obwohl, ja, das kann man durchwinken, aber, ja. Du, ich hab den Eindruck an dich. Zum Thema Hauptdarstellerin, beste Hauptdarstellerin, hat ja nun Frances McDormand gewonnen für Nomadland. Und sie war ja quasi zweimal hintereinander direkt auf der Bühne. Sie hat ja den Oscar bekommen für bester Film für Nomadland, denn sie hat ja mitproduziert. Und sie hat dann anschließend noch wieder eine Rede halten dürfen, nur halt dann nur noch drei, vier Sätze, weil sie hat ja alles schon davor gesagt. Ähm, ich, ich mag sie sehr. Ich mag ihre Filme. Ich sag nur Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri. Großartig. Ähm, ja. Aber sie wird irgendwie die neue Meryl Streep. Die kriegt irgendwie jetzt fast jeden Oscar. Ich mein, braucht sie noch einen Oscar? Oder kann man sagen, ey, die anderen, du hast sie alle gesehen. Ich, ich halt nicht. Ich, 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 ich sehe das, ich sehe das halt so, ähm, da ist eine Jury von über tausend Leuten. Und wenn halt die Mehrzahl davon sagt, dass sie finden, dass ihre darstellerische Leistung die beste war, dann ist das halt eben so. Äh, von daher finde ich das absolut okay. Und sie hat drei Oscars und der, der zweite ist jetzt auch nicht so lange her, aber Fargo, das war ihr erster, das ist halt jetzt auch schon, das war, glaube ich, Anfang, Mitte der 90er. Von daher ist das okay. Und an Meryl Streep reicht sie wirklich noch nicht ran, weil, ähm, ich finde alle Nominierungen von Fred's und McDermott waren berechtigt, warum, äh, Miss Streep aber für sowas wie Into the Woods nominiert war, das erschließt sich mir nicht. Ja, ach, ganz ehrlich, Meryl Streep wird für den Netflix-Film Ende des Jahres mit DiCaprio und Jennifer Lawrence nominiert sein, das weiß ich jetzt schon. Äh, man muss allerdings auch sagen, dass Nomadland ja auch eine, eine schöne Entwicklung, äh, ist durchaus in Sachen Diversität. Wir haben nach, äh, ich glaube genau, genau zehn Jahren, ist du, korrigier mich? Ne, Quatsch, 2009 war das, ne? Ja, mit, äh, Catherine Bigelow und The Hurt Locker. Ja, hier unter, äh, hier bekannt unter dem tollen Titel Tödliches Kommando, äh, klingt eher wie ein Rainbow Six-Spiel. Ähm, egal, äh, Chloe Zhao hat gewonnen. Ja, die erste Regisseurin, äh, die, äh, also erste Female of Color Director, die einen Oscar gewonnen hat. Genau. Und das ist, äh, schon mal schön, ich finde auch verdient und was ich jetzt gelesen habe, ist, die Frau Zhao, die ist ja gebürtige Chinesin, äh, hat sich ja, sehr kritisch mit, über China geäußert und in den chinesischen Medien wurden sämtliche Infos über den Oscarsieg getilgt. Ja, da merkt man die Schlagrichtung, ja. Ja. Aber freut mich sehr für die Dame, äh, das ist ja gerade mal ihre dritte Regiearbeit gewesen. Ja, aber apropos, also, eigentlich war es die vierte, ähm, apropos Asiatin, äh, das Highlight der Veranstaltung sorgte, dann diese koreanische Schauspielerin, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, die den Oscar für die beste Nebenrolle, dankeschön, in Minari, äh, erhalten hat. Ja. Das war, das war schön. Das war eine schöne Rede. Ich wollte euch gerade, wollte euch gerade fragen, ob es denn, also klar, also Chloe Zhao hatten wir ja vielleicht auch schon gedacht, äh, bei beste Regie, ob es bei euch jetzt auch mal, mal von den, äh, Nominierten und von den Gewinnern her so kleine Überraschungen gab, über die ihr euch freut, weil wir haben, du hast ja auch schon am Anfang gesagt, mit den Gewinnern und so an sich kann man eigentlich, ja, recht zufrieden sein und bei mir war es, ähm, die positive Überraschung, sie zum Beispiel, weil sie dann auch, das hat Dom gerade gesagt, auch eine Rede gehalten hat, die eben mal, ja, die, hm, die war mal ein bisschen. So was wie ein bisschen Esprit, ja. Ja, richtig und sie, äh, sie hatte was Eigenständiges und war auch so, also so richtig niedlich, wie sie da vorne stand und hat auch ja ganz, also tatsächlich Kontakt zum Publikum aufgebaut, weil die die ja auch total gemocht haben. Also das war für mich zum Beispiel so eine kleine Überraschung, die, also, die mich positiv, äh, wirklich da überrascht hat. Ja, schon so bezeichnend, dass die, dass die so gesehen eigentlich eine, ja, also die hatte ja so oder so schon eine Außenseiterposition und die war wahrscheinlich auch noch nie auf so einer Veranstaltung und dann wirkt die irgendwie frischer und, äh, 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 ja, spritziger als, als, als die ganze versammelte Bagage, sag ich jetzt mal böse. Ähm, und ist dann halt auch selber schon relativ betagt. Also das fand ich schon sehr interessant. Aber, ja, nee, das, das, das war auch wirklich eine schöne Rede, äh, die, die auch, die auch ein bisschen länger war, glaube ich, ne? Aber trotzdem schön, der hab ich gerne zugehört. Also, ich hab mich gefreut, dass Tennet den Oscar für die besten visuellen Effekte bekommen hat, weil der hat sich was getraut. Der ist ein bisschen untergegangen, finde ich. Also der ist so ein bisschen zerhetzt worden, weißt du, hat Christopher Nolan-Film und so, ne, wissen wir ja alle. Ist untergangen in der ersten Corona-Pandemie, dass da halt nicht in Kinos lief oder halt nur ganz kurz und wir nicht wirklich alle gucken konnten. Und, äh, dass er nichts überhaupt einbekommen hat, finde ich, hat er verdient. Und das, das hab ich mich, hab ich mich gefreut. Weil, das ist wirklich, ich find's, ich fand's ein großartiger Film. Er hatte aber auch nicht so starke Konkurrenz, muss man auch mal so sagen, in den Effekten. Ja, das waren alles nur Netflix-Produktionen und bei Christopher Nolan ist es ja wirklich so, der dreht ja so viel wie möglich on Camera und dann hat er noch genug Budget, um richtig einen rauszuklotzen bei Effekten. Also, wenn man mal guckt, der hat, äh, mit vielen seiner Filme immer Effekte abgeräumt. Auch zum Beispiel mit, äh, mit Interstellar, wo es sich ja nicht vermeiden ließ, aber da hat er trotzdem relativ viel Hand gemacht. Äh, oder auch Inception, also, der, der hat ja auch immer dieselbe Firma, äh, 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 Double Negative, ähm, und es ist schon verdient gewesen. Ähm, was für mich eine positive Überraschung war, waren tatsächlich die, äh, äh, nee, zwei Oscars für Menk, weil ich ja wirklich todsicher vorhergesagt hatte, dass der Film leer ausgehen wird. Er ist nicht leer ausgegangen, genauso wie der Film, den er referiert. Ähm, aber in der falschen Kategorie. Also, ich kann nur noch mal betonen, was für eine Frechheit ich das finde, dass Menk nicht beim Drehbuch nominiert gewesen ist. Da bleib ich bei. Aber es ist schön, dass er Kamera bekommen hat und, äh, Produktionsdesign glaub ich auch, ne? Ja. 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 Also, Kamera, Erik Messerschnitt, wirklich schön. Ja. Ja, definitiv. Gab's denn bei euch, äh, irgendeinen Gewinner, wo er sagt, so, ne, ne. Ha? Mein Lehrer, der Krake, das finde ich nicht gut, weil ich, ich bin, ich bin gegen Oktopoden, die versuchen, die Welt, das zu übernehmen und, ähm, das ist gefährlich. Das heißt, wir sollten den Oktopoden nicht zu viel Macht geben. Das ist lockig. Ja. Ich meine, du hast, das hat funktioniert, ne? Wir haben's heute Nacht geguckt und wer hat, wer von uns hat, hat dann anschließend sich das reingezogen mit dem Oktopoden, ne? Hat sofort funktioniert, die Propaganda, die, die Oktopoden-Propaganda, ja? Ja, gib's zu, ich, 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 ich hab's mir angeschaut noch, ähm, aber eigentlich auch aus dem Grund, also, nee, nicht aus dem Grund, dass ich Oktopoden nicht mag, sondern, Wieso Panik? Ja, also, das war, 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 Ja, also, das war die, wirklich die Kategorie, wo ich mich, da hab ich mich wirklich geärgert. Also, da, als der, äh, mein Lehrer, der Oktop, nee, der, mein Lehrer, der Krake heißt im Deutschen, als der gegenüber Filmen, wie eben Crip Camp, also Sommer der Krüppelbewegungen, oder auch gegenüber Kollektiv, was ich jetzt nicht gesehen hab, aber was ich schon, ja, so irgendwie, keine Ahnung, von der Thematik als sehr wichtig und auch sehr interessant erachte, äh, ja, fand ich das ein bisschen schade fast. Ich hab mein Lehrer, der Krake jetzt gesehen, für mich hat's ein paar schöne Aufnahmen, aber mehr, ja, ist es für mich tatsächlich nicht und ich weiß, glaubst du, dir geht's ein bisschen ähnlich, oder? Äh, ja, ich war wirklich ein bisschen fassungslos und richtig sauer. Mich hat das erinnert, vor ein paar Jahren, als Act of Killing nominiert war, beste Doku und gewonnen hat 20 Feeds to Stardom, so ein, so eine Dokumentation über das Leben von irgendwelchen Backgroundsängerinnen und mein Lehrer, der Krake ist ein schöner Film, gar, gar, gar keine Zweifel, da kann man sich wunderbar anschauen, ähm, aber wenn, wenn ich bedenke, worum es gerade in Time, in, äh, Crip Camp und in Kollektiv geht, ähm, ist das für mich die Entscheidung, diesen Krakenfilm, den Oscar zu geben, das ist ein Konsensfilm. Es ist einfach so, der, es wurde ja, es wurde dieses Jahr auch bemängelt, boah, die Oscars, da werden irgendwie jetzt aktuell nur Filme ausgezeichnet, nachdem du die gesehen hast, fühlst du dich schlecht. Und, ähm, ja, bei der Dokumentation haben sie's nicht getan, da haben sie den, den Feelgood-Movie genommen, der aber letztlich halt keine richtige, für mich keine richtige Aussage trifft, außer, dass ein Mann in einer Midlife-Crisis durch das Tauchen mit dem Oktopus, ähm, halt wieder zu sich selbst findet, sag ich mal, und wir lernen ein paar Sachen über die Tiere, die ich aber auch jetzt schon wusste. Und nochmal, ich finde, es ist kein schlechter Film, aber wenn du sowas hast wie Crip Camp und Kollektiv, die wirklich, vor allem Crip Camp, ich, ich meine, ich liebe den Film, das habe ich mehrfach klar gestellt, aber der ist unterhaltsam, der hat unglaublich, ein Feelgood-Vibe, aber der sagt auch was aus, und zwar was von Bewandtnis, von Relevanz, etwas, was heute noch wirklich aktuell ist. Und dann, finde ich, ist wirklich eine Unverschämtheit, dass dieser scheiß Krakenfilm-Oscar gewonnen hat, den der fucking nochmal nicht verdient hat. Das ist ein Free Willy für die U30-Fraktion, so jetzt tut ihr. Also ich, äh, muss dazu sagen, also ich, weiß nicht, ich glaube, neben dirst du bin ich der Einzige, der alle Dokus gesehen hat. Ähm, äh, also ich kann mit dem Kraken leben, ich kann nachvollziehen, dass sich das stört. Äh, ich hätte lieber Kollektiv gesehen, das ist in meinen Augen eine absolut herausragende Doku, die auch im Hinblick auf die, auf die aktuelle Zeit einfach wahnsinnig relevant ist. Und das hätte ich auch, also damit wäre ich auch mitgegangen. Ja, und Crip Camp hätte ich's auch gegönnt. Ähm, ja, es ist, es ist, äh, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass der Krakenfilm, ähm, vielleicht hängt das auch tatsächlich mit der aktuellen Zeit zusammen, dass so im Moment, weißt du, die Leute sitzen zu Hause, teilweise mit Corona-Collar und, äh, äh, sowas wie Mein Lehrer der Krake hat natürlich auch eine, eine, eine bittere, eine nachdenkliche Note durchaus, auch sowas leicht Philosophisches, aber trotzdem was sehr lebensbejahendes. Ähm, das ist aber der Film, den du am, ja, war ja auch ein, ich denke mal, ein Sleeperhead, da war ja plötzlich in der Top 10 von Netflix, also der ist ja einfach so veröffentlicht worden, wie, wie 80 Prozent aller Netflix-Inhalte veröffentlicht werden heutzutage. Ja, ja. Und dann wurde der halt so nach und nach populär und ich wiederhole mich, das ist kein schlechter Film, aber. Nein. Ja. So was hast du kollektiv und Crip Camp, kannst, sorry, kannst du so einem Film keinen Oscar geben? Das ist, das ist für die Kategorie des, des Dokumentarfilms ist das eine Beleidigung. Sorry. Ja, also ich, ich, ich kann's nachvollziehen, der Film hat auch was prätentiöses. Ich finde den trotzdem ziemlich toll. Ich fand eigentlich alle Beiträge toll, bis auf den, ja gut, der Mauvo vom Altersheim, der hätte jetzt hier nicht unig sein müssen. Da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ähm, ich hätte es tatsächlich kollektiv gegönnt. Ähm, den hätte ich mir auch durchaus als, also der hätte in meinen Augen entweder bester ausländischer Film oder aber halt beste Dokumentation bekommen sollen. Andererseits hatten wir einen wirklich tollen Titel bei bester ausländischer Film. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, aber ich glaube mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass ich den fantastisch finden werde, nämlich der Rausch von Thomas Winterberg aus Dänemark. Ja. Und das ist ein kleiner Tränen. Wobei Thomas Winterberg auch einen der längsten und ödesten Reden gehalten hat in dieser Nacht. Ja, da sind wir uns einig. Ja. Ja. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind so, so gut wie durch, oder? Ja, wir müssen jetzt nicht jede einzelne Kategorie abklappern. Äh, was man vielleicht noch sagen kann. Ja, also, also wirklich Überraschungen gab es ansonsten wirklich nicht. Also, Soul von Pixar hat gewonnen, halt bester Animationsfilm. Auch verdient, wie ich finde. Und beste Filmmusik. Genau, genau. Beste Filmmusik. Gruß ein Lasse an der Stelle. Äh, den zweiten Oscar für zwei Komponisten, die auf den Tod nicht leiden kann und den Soundtrack hier. Und beim Meng fand er, glaube ich, ganz okay. Ähm, äh, äh, die richtige Nervtöle in, äh, beim Gucken war eigentlich dieses Jahr nur der, äh, fürchterliche Werbespot von Scout24. Äh, und ansonsten noch Emma, der Trailer, ein Film, der ein Jahr alt ist. Check24. Der eigentlich überhaupt keine, der überhaupt keine Relevanz hatte in der Verleihung. Der wurde ständig gezeigt. Also, total bescheuert. Äh, Sound of Metal habe ich mich gefreut. Wobei das, ja, gut, unter, unter den Gesichtspunkten, wo es darum, äh, also, unter dem thematischen Gesichtspunkt. Er hat es verdient. Ja, er hat sie verdient, aber es waren auch erwartbare Gewinner, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Ähm. Ich hätte noch ganz kurz, äh, ein kleiner, ja, einfach so, was ich halt so schön finde, dass, ähm, ein paar dieser, äh, Documentary Shorts, Live-Action Shorts und Animated Shorts, dass die eben auch schon so ein bisschen, ich hab's leider zu spät realisiert, dass die, man die tatsächlich ja schon, sei es eben auf Netflix, sei es auf YouTube oder auch auf Vimeo, dass man da schon, äh, auch einiges, ja, einfach sich mal anschauen kann. Die gehen meistens so zwischen fünf Minuten und zwanzig Minuten und das sind echt paar schöne Dinger. Bei Animated Shorts fand ich zum Beispiel Genius Loki, den fand ich, den hab ich an dem, also, gestern noch schnell geschaut und den fand ich richtig schön von seinem Animationsstil her. Also, da vielleicht mal, wenn euch da was interessiert, vielleicht kann man da mal, äh, nochmal hier und da gucken und vielleicht gibt's den auch schon zum Ansehen, weil ich finde auch diese Kurzfilme haben durchaus ihre Berechtigung bei den Oscars und die, ja, über die freu ich mich auch, auch wenn ich sie immer nicht so auf dem Schirm hab, aber dann vielleicht danach oder eben im Vorfeld jetzt, wenn man weiß, wo die, wo es die vielleicht schon zu sehen gibt. Ja. Die sind so, die Kurzfilme sind so ein bisschen so die Studenten-Oscars immer. Ähm, ich find's sehr, sehr schade, wir hatten ja letztes Jahr ein sehr, sehr schönes, äh, Special, äh, also, wo ich, ähm, und die, die, ähm, äh, die, die Kollegen Schlocker, äh, Till und meine Wenigkeit darüber gesprochen haben, dafür hatten wir dieses Jahr ein Doku, äh, äh, Special zu den Oscar-Dokus, kann man auch sehr, sehr gerne reinhören, äh, mit den Kollegen Christopher und Eva. Ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich das Wichtigste geäußert, würde ich mal sagen. Ja, ich würde noch kurz einwerfen wollen, dass, wenn ihr euch bei den Dokumentation interessiert, die zu gucken, äh, sei gesagt, dass ihr Amazons Time und Crip Camp in Originalsprache auch absolut gratis und legal auf YouTube findet. Da hat, da haben die Stream-Dienste die nämlich, äh, veröffentlicht, äh, bei Kollektiv und der Maulwurf, die gab es oder gibt es in irgendwie ARD-Mediatheken, da müsst ihr mal gucken und wie gesagt, der Krakenfilm, den sollt ihr echt gar nicht jetzt angucken. Ja, ich glaub, ich, ich glaub, äh, äh, Kollektiv, äh, ist jetzt, glaub ich, gerade frisch aus der Mediathek raus, ähm, aber den Maulwurf fliegt man noch. Ähm, ich würd aber jetzt sagen, wir machen jetzt einen Deckel-Drupp, ähm, aber das lasse ich mir nicht gönnen, äh, nicht nehmen, meine ich. So, wir vergeben trotz allem jetzt Punkte für diese Verleihung. Für die Verleihung, nicht für den Preisträger. So, ihr könnt vergeben 0 bis 5 twerkenden Glenn Close. Oh Gott! Kenny, fang mal an. Ja, da will ich noch sagen, da hat man echt die Chance vertan, äh, äh, ihr die Goldene Himbeere und den Oscar zu geben für diese Rolle. Und ich hätt's echt geil gefunden, wenn das sogar noch auf einen und derselben Bühne passiert wäre. Aber ja, gut, man kann nicht alles haben. Äh, wie viel twerkende Glenn? Also, ich, ich würd mich mal vordrängeln, ähm, wie viel, wie viel Glenn Close ist, oh, es ist, es ist halt wahr, es ist ähnlich frustig wie letztes Jahr. Es sind tolle Filme dabei, es sind verdiente Gewinner, äh, und auch wirklich schon, äh, weiß ich nicht, Chloe Zhao, das ist, äh, jetzt zwar nicht, nicht ganz so historisch wie, wie Parasite, aber trotzdem ziemlich toll. Ähm, aber eingebettet ist das Ganze halt in eine Lahmarsch-Veranstaltung. Und deshalb kann ich nicht mehr als, ja, komm, ich, 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 ich kann nicht mehr als 1,5 von 5 geben, so leid es mir tut. Gut. Okay, jetzt aber du, Kenny. Also, ich geb 2 von 5, einfach damit noch ein bisschen Platz nach unten ist, weil wir denken immer, es wird nicht schlimmer, aber es wird dann doch schlimmer. Falls es nächstes Jahr also wieder schlechter wird, kann ich dann wenigstens 1,5 geben und dann irgendwann ist Schluss, aber ist egal. Ähm, also für mich waren's die Oscars, auf die ich mich am wenigsten vorbereitet habe, aufgrund der Umstände, viel Arbeit, wenig Kinos, ne, und so. Ähm, es macht mir am meisten Spaß, wenn ich alles gesehen hab und ich dann halt mitfiebern kann und noch alles richtig tippen kann. Wenn ich aber nicht alles gesehen hab, dann kann ich nur das tippen, was ich gesehen hab und dann werde ich meistens verlieren, weil ich dann einfach die Konkurrenz nicht kenne. Ja. Und da fehlt einfach ein bisschen der Spaß. Deswegen ist es, du, hat er zum Glück alles gesehen, der hat's, der hat's gut gemacht. Äh, ich leider nicht. Ähm, ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten und da werde ich auch wieder besser vorbereitet sein. Und dann kann ich mich auch ein bisschen mehr einbringen und dann ein bisschen Mitstimmung machen. Ähm, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen müde bin, ne, weil ich das aber schlafmangel, vielleicht leid. Ähm, ja. Ja. Das ist normal hier. Zu zweifeln. Einmal im Jahr. Ja. Okay. Paul, bitte. Ja, gut. Also, ich bin ja eigentlich wahrscheinlich noch der, der am optimistischsten auf die letzten Jahre zurückkommt. Ich hab das auch schon immer so beobachtet, gerade das mit dem Moderatoren oder so, das hat mir auch echt nicht gefallen, dass es da keinen so einen roten Faden gibt. Ich hab die aber trotzdem die letzten Jahre immer ganz gern geguckt. Und dieses Jahr eben nicht. Also, ich war froh, dass wir hier echt mit ein paar Kollegen vom Tele-Stammtisch zusammengeschaltet waren und dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen aufgepäppelt haben durch die ganze Zeit lang. Ja, jeden. Ja. Ohne wär's langweilig gewesen. Ja. Also, wirklich, mich hat das hier, mich hat's echt enttäuscht, weil ich halt auch gedacht hab, vielleicht holen sie was raus, vielleicht machen sie was aus dem, was jetzt eben gegeben ist. Verschiedene Veranstaltungen, sei es jetzt im Live-Fernsehen oder so, zeigen ja auch, wie das möglich ist. Und das ist auch möglich, das besser umzusetzen. Ich bin aber auch trotzdem bei 1,5 wie Dom, weil ich lass auch noch ein bisschen Platz für unten. Aber ich habe die große Hoffnung, dass es nächstes Jahr besser wird. Und egal, wie es wird, ich werde es auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder gucken. Ja, ich mache den negativen Abschluss. Ich gebe nur eine, Türkenne, Glenn Close. Es gab auch nur diese eine. Wir haben eine in zwei gehackte genommen, Paul. Die andere war das Unterteil von Laura Dern. Genau. Das war nicht gefeiert. Also, wenn ihr jetzt gesagt habt, guckt, googelt einfach Laura Dern, Oscars 2021 und seht ihr Kleid an, dann wisst ihr, was wir meinen. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich gebe wirklich nur eine, eine Türkenne, Glenn Close. Ich fand, das war, wie ich schon erwähnte, für mich die bislang wirklich schlechteste Oscar-Verleihung, die ich gesehen habe. Ich habe einige gesehen, auch viele schlechte. Und ich würde ja jetzt gerne diesen Podcast beenden mit den Worten, es kann noch besser werden. Aber das habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon gesagt. Deswegen... Vorsichtig. Bin ich, sage ich gar nichts. Und sage stattdessen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr nochmal mit mir die Oscars durchgegangen seid. Es war eine Veranstaltung, an die wir uns im Negativen noch ein paar Wochen erinnern werden. Und dann ist ihr wahrscheinlich auch weg aus dem Gedächtnis. Das ist auch gut so. Wenn ihr sagt da draußen, hey, diese Jungs vom Telestammtisch, die sind ja richtig klasse. Dann guckt mal beim Telestammtisch rein, da gibt es auch viel mehr Besprechungen. Denn wir besprechen nicht eine Oscar-Verleihung, wir sprechen auch Filme und Serien. Und das zuhauf. Ihr könnt uns gerne bei iTunes abonnieren und da auch eine Bewertung da lassen. Natürlich eine positive. Warum? Weil wir es verdient haben. Und ihr könnt uns auch gerne bei Spotify folgen. Und wir sind auch noch bei allen möglichen sozialen Medien. Ich habe jetzt keinen Bock, die aufzuzählen. Und wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann wisst ihr auch, wie ihr uns findet. Ich sage Tschüss, dann darf Kenny Tschüss sagen, dann der Paul und Dominik darf den Schluss machen. Tschüss. Ja, macht's gut. Nach den Oscars ist vor den Oscars, ne? Jetzt habe ich meinen Einsatz verkackt. Tschau nochmal. Als kurze Anmerkung zum Schluss, in der IMDb hat die Verleihung bereits ein Voting von 3,9. Damit bis nächstes Jahr. Tschau, tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.